Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Das spüre ich mal. Weil die Hüfte locker muss noch den Bauch wieder entfernen. Das ist die dritte Schöne. Dankeschön. Das ist die dritte Schöne. Bitte genau. Ja, er muss unter die Hüsen fassen, weil da die Sensoren dafür laufen. Nicht, dass sie erschreckt. Kann ich das mit Zürgen lassen, Leo? Geht? Gut. So locker ist es? Einfach. Locker. Locker ist es? Ja, fein lassen. Ja, ich weiß. Aber das ist die finanzielle Drücke. Jetzt drücke jemand die Schulter. Besser. Ja oder nein? Das ist schön. Ja. Es ist nicht so, dass ich nicht schweben kann. Aber wenn ich ein paar Sekunden hochleite, dann fährt er wieder runter. Wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt das Gefühl? Es ist besser als vor fünf Minuten. Ja. Bitte besser. Besser. Ja. 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 Nochmal kurz. Aber? Ja. 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 Na woher dann zog ich diese Regierung aus? Vielleicht hab ich das mit dem, ich lieber an dann. Ja. Seit letzter Momente. Na. Ja. Da hat mich was mit Käse und Tränen zu tun, wenn da Unter Schmerz geht. Kennt ihr die Bibel? Ja. Ich hab da einst damit, es nicht. Was sein Geld? Was bei einer anderen Seite, der auch in Leipzig, wenn er größt anerkannt hat, was ja der Strauß war. Hat um Buchen oder wie? Nein. Was ist dann so ein Unterland-Rotsurrent daheim? Elternklaufnis Dr. Hans-Werl, ja. Wirklich, sonst würde ich es hier nicht mal mehr. Wegen 15 Euro muss ich mich nicht befragen, weisst nicht weiter. Ja und ja und ja und ja und die haben die ganze Zeit und das Geld und man wissen Sie, was ja schön alles gut ist. Da hat man alles gut gemacht und dann wird alles schön gemacht. Wie gesagt, ich kenne keinen Fall, die Menschen sitzen am Kieschen und die haben ja immer noch viel Müll. Aber ich weiß, es ist nicht schlimm. Ich geh ja nur schon 30 Dollar. Es ist gut, Schmerz ist nicht mehr so doll. Es ist gut gekommen. Ich weiß, es ist nicht mehr so doll. 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 Ich weiß, es ist nicht mehr so doll.